Ja, Leute, herzlich willkommen. Da sind wir wieder, Edmund Denzel. Es war ein bisschen schwierig in den letzten Tagen, aber jetzt sind wir zurück in fast alter Frische. Wir haben uns Uniform angezogen, um zu zeigen, dass wir hier alle ein Team sind. Ah, und dass wir uns lieb haben. Dass wir uns schrecklich lieb haben. Jetzt geht's los, ich hab Bock, Dennis, komm. Edmund Denzel, jetzt, hier. Hey. Dieser Shit ist gut gecuttet und er kommt nicht mal von Bell. Der Shit, aus dem Legenden sind Edmund E. zum Einzelnen Zell. Schild hoch, ein Schlag, gut beginnt zu taumeln. Edmund Denzel, Haare am Sack, und er lässt ihn wie die Seele baumeln. Engel singen seine Lieder, er ist hart wie ein Zweihänder. Damit mein ich nicht sein Schwert, Bitch, sondern seinen Ständer. Edmund Denzel, übermenschlich, Kind, unendlich, Monster, und hab dabei deine Mom im Sandwich. Leute nenn mich. 30 Stunden piletrant auf Seelenfang, Jena. Edmund Denzel. Was geht, Leute? Seid ihr mit uns down? Mit den zwei Dudes aus Hamburg, die die Monster verhauen. Ey, Leute, guckt mal hier. Bevor wir loslegen, wir haben was gekriegt. Alter. Oh, guck mal. Was ist das? Es ist auf jeden Fall schwer. Ich hab ja auch schon ein Drachenschwert. Ey, vorsichtig damit. Das sieht sehr gefährlich aus. Darf man so was, ist das wirklich für die Küche zugelassen? Das ist eigentlich, guck mal, das ist so. Das ist ja mega. Alter Schwede, das ist doch, kannst du hierzulande, darfst du nicht zeigen, so was gefährlich ist. Ich bin gespannt. Es ist übrigens, können wir auch mal sagen, vom Emra. Das kannst du lesen, oder was? Ja, ich hab das schon gelesen, als ich's hochgeschleppt hab. Und der gute Emra, der hat uns schon häufiger mal Sachen in der Vergangenheit geschickt, unter anderem geile Dark Souls-Statuen. Ach, dann weiß ich, wer das ist. Ja, ja, genau. Und deshalb bin ich mal gespannt, was er uns ... Und er ist auch ein großer Fan, glaub ich, des Let's Plays. Deshalb bin ich mal gespannt, was er uns geschickt hat. Emra, du sollst doch nicht so einen Quatsch machen. Es ist doch auch, dein Laden läuft doch zur Zeit in Corona bestimmt ... Du kannst dir das doch ... Also, das ist doch ... Wie sollen wir das denn annehmen? Also, ich mein, wir freuen uns natürlich, aber ... Das ist echt ... Alter, was ist da alles drin? Naja, wenn eh keiner das kaufen kann, dann schickt's an uns. Guck mal, was ist das hier? Oh, guck mal, das sind so Bälle. Aus diesen ... Das sind die aus diesen asiatischen Automaten, weißt du, die so berühmt sind. Ja. Ist das so Pachinko? Nee, Pachinko ist was anderes, ne? Pachinko ist ... Aber was sind das für Viecher da drin? Das sind Pokémons, natürlich. Guck mal, hier ... Was soll's denn sonst sein? Alter, hier steht drauf, was drin ist. Ich sag aber noch nicht, was drin ist. Du musst selber sehen, was drin ist. Okay. Ich seh grad, was hier drin ist. Und es sind Pokémons. Es sind Pokémons? Ja, oder Pocket Monsters. Irgendwas mit Pocket. Ja, da muss man schon ... Also, das kann man nicht jetzt so einfach komplett ... Einfach sagen. Da gibt's schon Unterschiede. Leute, das ist ja mal geil. Das hier, sehen wir schon mal hier. Klein, da steht Dark Souls drauf. Ist das ein Ring? Ja. Wie im Ernst? Ja. Laber nicht. Gut geraten. Die Verpackung ist halt ringly. Aber mal gucken, ob du auch siehst, welcher Ring es ist. Oh, oh. Es gibt so viele Ringe, die man ... Dennis, ich hab wirklich jahrelang auf diesen Moment gewartet. Oh, da ist er noch mal in Plastik eingepackt. Wie unromantisch. Alter, ist das geil. Zeig mal, zeig mal, wie geil ist der. Ist das geil? Ich packe den hier rein. Ich packe den rein, zeig mal hier. Oh, das ist der, wo man mehr tragen kann? Das ist Havels Ring. Ja, da kann man mehr tragen, ne? Alter, Schede. Das ist im echten Leben wahrscheinlich auch der Nächste. Scharf zu fliegen für die Regie. Wir haben hier heute nur eine Cam. Havels Ring. Willst du ihn mir aufstecken? Auf welchen ... Das ist ein kleines, seh ich jetzt schon. Oh, shit. Auch zu klein. Oh, shit. Havel hatte keine Hände. Das steht nicht im Spiel, aber das ist dann ... Havel ist ... Unter dieser dicken Rüstung steckt ein sehr dünner Mensch. So ein bisschen wie der Goate bei den Asterix-Comics, weißt du? Mhm. So, dann haben wir hier ... Ja, die Leute wollen, dass wir jetzt gleich zocken. Es ist so viel Kram. Warte mal, ist das so ein Kissen, mit dem ich schmusen kann? Was? Ach so, nee. Kennst du diese langen Kissen, wo so ein heißes Manga-Girl drauf ist? Das sieht aus wie ein Teppich, ehrlich gesagt. Mit Bomberman-Teppich. Das ist eine Fußmatte. Eine Bomberman-Fußmatte. Alter, was ist denn das? Ein Fisch? Secret of Mana ist das. Das ist ein Pogo-Puschel. Ein was? Pogo-Puschel. Das sind die Dinger, die so hinmüpfen am Anfang. Ich weiß nicht, wie die heißen. Alter, die heißen Pogo-Puschel und das ist bei dir nicht klingelt. Ja, Secret of Mana ist das. Ja, aber die heißen Pogo ... Aber ich weiß doch nicht, wie die heißen. Ja, siehst du, das heißt, ich krieg das Ding. Okay. Die sind echt geil. So, und dann sind hier noch mehr Sachen und ein Brief. Alter, hier sind noch drei große Packages. Ich würd sagen, wir zocken gleich erst mal und machen später noch Packages auf. Echt? So, hier. Lieber Etienne, lieber Dennis, ich hab euch ein kleines Kujumi-Paket fertiggestellt. Die Animal Crossing-Getränke haben wir selber produziert. Okay, das scheint ... Da gibt's Animal Crossing-Getränke. Und gemeinsam mit Nintendo entwickelt. Die Grundidee dahinter ist, von uns ist es, Getränke zu Videospielen herzustellen, welche den Geschmack auf gesunde Weise treffen. Im besten Fall aus dem Videospiel selbst. Wie auch immer, zur Souls-Reihe hoffen wir auch, irgendwann etwas Schönes herstellen zu können. Na gut, Estos würde sich ja anbieten. Ja, zu Souls-Reihe von Getränken auf jeden. Was wäre Estos für ein Getränk? So eine Art Met, oder? Ist die so gelblich? Ja, aber es muss einem ja richtig Power geben, so irgendwie, oder? Denn halt, ein Red Bull ist ja ähnliche Farbe, oder? Gemischt mit Met. Mit Met. Met-Bull. Met-Bull. Die Animal Crossing-Getränke könnt ihr gerne verteilen. Assassin's Creed-Fans kriegen auch was. Ich habe euch darüber aus ein kleines und hochwertiges Geschenk zu Dark Souls in das Paket gepackt. Wahrscheinlich Habels Ring, meint er, ne? Ja. Darüber hinaus hab ich noch eine Bitte. Die Dark Souls-Figur hatte ich damals in Hamburg auf einer Videospielmesse Mac dem Dennis gezeigt. Und er hatte sie netterweise signiert. Leider fehlt noch die Unterschrift von Edmund dazu. Wir würden sie gerne im Souls-Fan-Paket inkludieren und an Edmund-Denzel-Fans verlosen. Es wäre schön, wenn Etienne unterschreiben könnte. Blablabla. Das machen wir natürlich gerne. Ihr gebt ein tolles Duo ab auf weitere Let's Plays. Bitte verteilt alles im Team. Das Paket ist vollgestopft. Abnehmer finden sich locke. Viele Grüße aus Berlin. Emra. Lieber Emra, vielen, vielen Dank. Das mit der Unterschrift kriegen wir natürlich hin. Ich schieb's aber jetzt trotzdem erst mal zur Seite. Was ist der dir denn irgendwo drüber? Nee. Also der passt über mein Glied. Das mein ich. Höchstens, ne? Aber nicht über meine Finger. Die sind zu dick. Alter Schwede. Nee, ey, sorry. Aber cooles Teil. Das ist echt ein lustiges Merchandise-Ding. Ist dir da auffallen, wie warm es hier ist? Nö. Nö? Nö. Guck mal hier, ich hab Schweiß auf der Stirn. Ich sitz jetzt hier im Unterhemd. Okay. Aber es geht nicht anders. Ich schwitz mich grad zu trocken. Ist vollkommen in Ordnung. Kein Problem. Ich freu mich auf jeden Fall, weil das echt coole Sachen sind. Das sind richtig coole Sachen. Ey, vielen Dank. Das mal rüber. Wir machen diese Themen und alles. Machen wir später auch. Aber jetzt. Die Leute haben lange nicht gezockt. Wir haben nur einen Zwei-Stunden-Slot. Wir müssen ein bisschen was schaffen. Okay, mal. So. Liebe Regie, haben wir Ton? Ich hab nur Ton. Bomberman, Fußmatte. Ja, da ist er. Okay. Ey. Wie ist denn überhaupt der Plan? Der Plan war, na? Ich glaub, wir waren bei den Skeletten im Sturm. Nee, das haben wir schon durchgespielt, oder? Das Sturmgebiet. Das Sturmgebiet haben wir durch. Wir müssen nur noch in den Sumpf, glaub ich. Das Sturmgebiet? Nein. Und noch, äh... Latria? Nee. Latria, das letzte? Stimmt, den Mensch. Wir müssen nur den Mensch töten. Stimmt. So, wir gucken mal. Also, hier haben wir... Gut, das ist klar. Was ist denn die... Valley of Defilement? Ja, klar. Das ist Level 5. Genau. Haben wir durch. Haben wir durch. Da fehlt nur das letzte Ding. Da fehlt der Monk. Das haben wir nicht gemacht, weil wir die ganze Zeit offline waren. Genau. Weil wir so schlau sind. Ja. Das haben wir durch. Das ist ein paar unterschiedlich. Und das ist das letzte Level. Also können wir jetzt überlegen. Ich mach den Monk, weil ich der Krassere bin. Probier's gerne. Und du darfst gerne ins Valley of Defilement, weil ich... Wie den Monk. Du bist nicht der Krassere, du bist der Nassere offensichtlich, wenn dir so heiß ist. Ja, ich bin auf jeden Fall nass und glitschig und deshalb schwer zu greifen für die Gegner, die da vielleicht auf uns zukommen. Ich überlege nur, sind wir überhaupt online? Guck mal, 97 Tode. Erst, würd ich sagen. Schaffen wir's unter 100? Hat's jemals schon jemand... ...jemals unter 100 geschafft? Wir müssen überhaupt erst mal gucken, was ist hier. Dragon Longsoul ist natürlich auch Quatsch. Ich find, der Sticky White Stuff sieht auch einfach aus wie ein Kaugummi. Hast du das gesehen gerade? Wie so ein ekliges... Sich damit einzureiben, war... Wir müssen nur mal grad gucken, ob wir auch gut equipped sind. Den Thief Ring brauchen wir zum Beispiel... Am wohl zum Hochkommen vielleicht nicht schlecht. Den Cling Ring... Sind wir eigentlich lebendig? Oh, guck mal, wir sind lebendig. Oh ja, was machen wir da? Was machen wir da? Wir könnten irgendwas in schwarz pushen, aber... Was sind hier eigentlich die World Tenancy? Die ist schon... Pure. Pure White, ja. Haben wir alles gemacht, Pure White? Wo sind wir denn gerade? Was meinst du bei Latria? Ja. Ja, ich glaub, in Latria sind wir ohne zu sterben, haben wir alle Bosse gekillt und haben nichts verloren an White, deswegen sind wir Pure. Und da haben wir auch Raidale befrieden. Und da haben wir auch Raidale befrieden. Wir haben hier oben das Ding geholt, das Item haben wir geholt. Könnten wir eigentlich mit vollem Energiebalken auch da reingehen, oder? Wie siehst du die Geschichte? Ähm, du meinst zum Monk? Ja. Können wir machen, weil dann können wir auch... Wir haben kaum Heil-Items übrigens. Lass uns uns auf schwarz bringen. Okay. Dann können wir noch einen Demon killen. Aber hier, ähm, wir haben kaum Heil-Geschichten. Sind die vielleicht alle im Tresor? Hm, keine Ahnung, wo die sind, Eddie. Wo sind die Heil-Items? Entweder wir haben keine... Ich muss noch mal vorher in den Nexus, weil... Wo sind die Heil-Items? Es kann sein, die werden ja automatisch, wenn die Tasche voll ist, werden die automatisch in die Kiste gelegt. Meinst du, wir haben zu viele Heil-Items? Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir keine haben. Ich auch nicht. Schnauft ganz schön, was ist los mit ihm? Ach, thank goodness. Gucken wir mal was... Ja, guck, da sind zumindest ein paar. Jetzt nicht so viel, wie ich gedacht hab, ehrlich gesagt, aber ein paar. Das sind aber auch die richtig krassen, ne? New Moon ist krasser, oder? Full Moon und New Moon. New Moon ist das krasseste, das weiße. New Moon ist das krasseste? Mhm. Ja, krass. Ja, nicht viel. Aber, ähm... Ich glaub, bei Patches, wenn wir Patches hätten leben gelassen, der hätte ziemlich gut auch Gräser verkauft. Macht jetzt nix. Haben wir noch Sachen, die wir loswerden wollen, wegen Gepäck? Nein, ne? Fuck it. Wenn wir was finden, dann schickst du es direkt. Oder so ein paar Schwerte, ja. Ich glaub, das Makoto müssen wir auch weg. Die Queste haben wir fertig, ne? Mit dem... Stormruller brauchen wir nicht. Killg brauchen wir nicht. Eigentlich nur die drei Waffen zur Zeit. Ja, ist doch okay. Okay. Ähm... Aber irgendwie können wir... Wir haben ja Seelen. Haben wir? Ja gut, dann kaufen wir einfach... Ich weiß noch nicht, wo am besten. Hier. Aber der hat nur das Beschissene. Das reicht nicht, das Quatsch. Wer hat denn noch? Ja, er vielleicht? Haben wir eigentlich den bösen... Wie heißt er? Jurt. Den haben wir an Ort und Stelle aus dem Käfig gelassen und direkt bestraft für... So ein bisschen wie Minority Report. Bestraft, bevor er was gemacht hat. Können wir auch nichts kaufen? Ey, sag mal, wo können wir denn jetzt mal ein paar gescheite Gräser kaufen? Am Kotti. Kleiner Scherz, Meta-Ebene. So. Ich weiß es nicht. Wo können wir... Wo kriegen wir, ähm... Was denn? Ich glaube, beim Storm steht dieser Typ im Gang. Er vertickt, glaube ich, Gräser. Denn die komische Frau im Sumpf vertickt bestimmt auch Gräser. Ist hier. Hoffentlich. Wir schauen mal. Den haben wir aus der Zelle befreit da unten. Ja, sehr gut. Half oder late? Half sieht preis-leistungstechnisch ganz gut aus. Ja? Two for the price of one, oder? Ben. Ich habe keine Ahnung, Eddie. Heilt das denn auch dann... Ich weiß es nicht, wie viel das heilt. Kauf doch Hälfte, Hälfte. Ich finde das so dumm, dass die jetzt das gemacht haben, dass das Gewicht hat und so. Was ich auch dumm finde, ist, dass du die Materialien in die Kiste legen kannst und der Schmied darauf zurückgreift, aber die Waffen nicht. Das können sie von mir aus direkt patchen, weil das einfach Quatsch ist. Mach es doch angenehm, das Waffen-Upgrade. Das ist doch eh schon kompliziert genug. Ja. Da muss man doch nicht noch mit so Inventory-Management kommen. Gib dem Monk die Schuld, verprügel ihn. Dann ist alles gut. Wie wirst du los mit deiner Aufmerksamkeit? Die scheint nicht auf 100 Prozent zu sein. Hey, ich habe einen Gag gemacht und dann will ich immer in den Chat gehen und wissen, ob er gut ankam. Sind wir live? Ja. Cool. Hi. Hier, Summon Phantom. Den gucke ich auch mal in den Chat. Die sind auch bestimmt voll... Ey, wir können uns jemanden reinholen. Wir haben es bis jetzt geschafft, niemanden anzuholen. Ich mache das ja auch nicht nur, weil es damit leicht ist, sondern weil es auch Bock macht, mit jemandem zusammen Souls zu spielen. Wofür bin ich denn hier? Naja, wir können ja nicht wirklich zusammenspielen. Nee, du kannst halt auch nicht mit deiner Frau im Bett liegen und dann sagen, oh, die ist aber auch hübsch. Stell dir mal vor, es würde das geben, so ein Summon-Zeichen vor deinem Schlafzimmer und du könntest einfach mal so... Das würde die ein oder andere Ehe retten. Boah, guck mal, wie geil der jetzt aussieht. Schlaf ist jeder. Oh, und jetzt kriegt er seine Fans. So, früher war es so, wenn das Portal gelb war. Dann war es ein Spieler. Äh, sind wir denn überhaupt online? Und jetzt... Mach ihn doch einfach platt und frag danach. So. Das muss ich jetzt einmal checken. Ich will wissen, ob das gegen Men... Weil das ist natürlich eine andere Taktik. Wo sieht man denn, ob man online ist? Siehst du doch gleich... Ja doch, wir konnten ja gerade jemanden zusammen. Natürlich sind wir online. Ja. Warum sind wir denn so dumm? Und mit dir meine ich... Ich halt's Maul. Mercury Stone Shard. Braucht kein Mensch, aber hier kann man sie farmen. Da macht sich eine Mercury... Das ist, glaube ich, Magic Weapon, ne? Ich glaube, hier kommt noch ein Klingelmann, wenn ich mich recht erinnere. Die Typen haben sie auch einfach nur dahingestellt, damit... Ja, da ist er schon. Sogar als Fan. Oh, oh, guck mal, der hat dich gesehen. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Höh, 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 geh zu weg. Okay. Okay. Drehst er sich um? Darauf habe ich so ein bisschen spekuliert. Aber die Antwort lautet... Nein. Also rennst du jetzt Turbo auf ihn zu und schlägst zu schnell du kannst? So würde ich's machen. Einmal träg ich's noch. Und? Er ist dumm. Oh, 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 daneben, Idiot, ja, oh, shit. Was ist passiert? Nein, er mampft dich. Ich habe ihn noch aufgespießt. Guck mal, wie wenig Schaden das gibt. Der ist auch nur einmal da, ne? Wenn er rot ist, wahrscheinlich. Shit, ich habe das falsche Gras equipped. Nee. Aber siehst du, das macht... Das ist scheiß Gras. Wir sind schon viel zu krass für... Verdammt nochmal! Okay, ich mache es anders. Der muss auch erst mal wieder reinkommen. Ach, ja? Alter. Der lässt sich halt auch nicht stagern. Mit Glück macht er keinen Schaden. Hast du's gesehen? Das hat ihm überhaupt... Ja, aber das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Ja. Okay. Okay, ich warf dann doch mal neu über... Da ist es hier zu wenig Platz fürs Claymore. Genau, den Schlag von oben. Geh mir jetzt! Zack, der staggert ihn. Genau, und nochmal. Wunderschön. So, bei the power of Claymore nämlich. Aber jetzt hat ein Black Phantom invaded. Ausgerechnet jetzt? Ja, geilo. Kommt der von hinten oder von vorne? Ich weiß es nicht. Ich sag gerade... Also ich würde sagen, mach schnell Platz vorne. Du wirst von hinten wie von vorne. Oh, oh. A-M-M-A-N-E. Guck mal. Schön, lass ihn nicht. Gut. Oh, shit. Holy fickende Pimmel-Boys. Was ist denn das für ein Pimmelgras? Ich glaube, der, der gesummt wurde, das ist der vom Old Monk, oder? Das könnte sein. Ich weiß es auch nicht. Ich lauf auch noch genau rein. Gib ihm leicht. Damit das war doch früher nicht so schwer. Die waren viel schwerer früher. Wenn ich mit einem Hit gekillt. Was hat der gemacht? Hat der sich geheilt? Mein Gott, ihr Klingel-Boys. So. Hier war nämlich immer... Hier haben sie dann... Stehen sie direkt. Genau, das ist das Gate. Und wenn das Gate damals gelb war, wusstest du Spieler. Ja? Ja. Also ich weiß immer noch... Früher standen sie alle direkt links am Eingang mit hier Wrath of God. Und du bist quasi reingekommen, dann haben sie Wrath of God gezündet und du warst tot. Also so habe ich es immer gemacht. Aber es gibt natürlich viele Tucking... Also du meinst, es ist jetzt ein Computergegner? Nö, ich sag, früher war es ein gelbes Tor, wenn ein Spieler war. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Old Monks Computergegner, oder? Sieht so aus, oder? Das ist ein Mensch, der schon zehnmal gerollt hat. Viel zu wenig gerollt. Ist kein Mensch. Sehr gut. Der kann nix. Ah, das tun wir noch mal. Gut, halb tot. Pass auf, der hat die Leuchte... Oh, die machen ja gar nix. So wenig Kraft. Gib ihm. Alter, Uppercut, nicht schlecht. Auch das ist aber ein bisschen... Oh! Bisschen schade, dass es jetzt kein PvP ist, oder? Ja, aber du hast ja tatsächlich, da wir live sind, den Zuschauern echt genug Zeit gegeben, in dem du extra gewartet hast bei diesen Tentakel-Wählern. Und wenn die nicht kommen, no? Und jetzt! Schönes Ding! Du willst ihn unbedingt mit dem Parry, ne? Und gehst jetzt noch drauf! Guck hin! Parrymeister! Wenn, dann richtig! Nicht schlecht, das ist ein bisschen Spaß muss sein. Der Monk ist down! Ach, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Hier ein bisschen PvP jetzt. Aber was willst du machen? Es war ja sogar eine Invasion. Ja. Nur komischerweise ist der nicht im Boss-Room gelandet. Naja, vielleicht hat er die Geduld verloren. Weil der ist ja super easy, der Boss, also... Ja, Golden Demon, na gut. Zeig mal den Raum nochmal. Wieso ist er hier der Chef? Er ist hier der Obermonk von diesem... Wieso, was hat er mit den Stühlen? Sammelt der Stühle oder was? Ja, das waren wohl offensichtlich alles mal irgendwelche Schüler oder so vielleicht von ihm. Also die Lore hinterm Old Monk weiß ich auch nicht. Vatibidia weiß sie bestimmt. Ich weiß sie nicht. Kannst du die Stühle kaputt machen, die am Rand stehen? Oh, wie weit kannst du rein? Leider die Füße bleiben stehen. Mann, was heutzutage so ein Stuhl kosten würde, ne? Und er hat davon... Also richtig schöne, antike Dinger. Ja. Weißt du, was dir sagt? Der Turm von Latria ist quasi so eine... Das ist einfach nur die Produktion der Stühle fürs ganze Reich. Er schnitzt die hier den ganzen Tag. Und am Ende wurden die einfach nicht mehr abgeholt, weil alle tot sind. Deswegen stapeln die sie hier. Und ähm... Das ist ja auch sein Stuhl. Interessant ist halt, wer könnten die auf den vier Plätzen neben ihm... Sein, ne? Aber Tower of Latria ist doch eigentlich ein Knast, oder nicht? Also sind ja Gefängniszellen. Primär, ja. Warum ist dann hier so eine Kirche? Wie hängt das zusammen? Hm. Naja, gut. Also, hier sind wir durch. Achso, was haben wir an Seelen? 31, genau. Du bist ja nicht mal gestorben. Natürlich nicht. Wir haben jetzt nicht mal Touch of Schwarz gekriegt. Wir müssen jetzt Super Pure White haben. Gucken wir mal rein, ob's... Ultra... Ultra... Ultra White. Oh ja. Es ist tatsächlich noch ein bisschen heller geworden, oder? Ich glaube, wir bilden uns das ein, oder? Also, ich würde es jetzt auch sagen, aber wir haben ja schon die Events. Ja. Hm. Okay, nächstes Ding. Wir könnten auch wieder Gräser gebrauchen, vielleicht. Ja, aber auch Leveln ist schon auch... Okay. Nie verkehrt, oder? Okay. Strength be granted. Strength be granted. Grant ein bisschen Strength. Oh, nur einen. Schon teuer geworden mittlerweile. Ja, wir sind Level 59. Beor. Beor ist mit der coolste Typ hier. Okay. Have fun. Sind wir hier echt noch nicht weiter irgendwie? Nicht mal ein Shortcut oder sowas? Nee, ich glaube... Ja, wir waren mal beim... Ist doch gar nicht... Wir waren mal beim Boss und hatten aber Permapoisen. Und sind dann verreckt. Oh, wir haben... Wir müssen checken, ob wir Anti-Poisen-Shit haben. Das war das Problem. Bleeding und es gibt aber noch Poison und... Gibt's noch das andere? Gibt's noch schlimmes Poison? Warte mal, da brauchen wir gar nicht hier rein. Obwohl wir... Das droppt doch hier. Außerdem findest du die Frau gleich. Die Frau vertickt das. Klingwing macht übrigens gar keinen Sinn. Deswegen wir lebendig sind. Item Discovery vielleicht, damit wir ein bisschen... Moos kriegen. Moos nix los. Ja, du kannst gerne auspacken. Ja, ich... Mach mal... Kann ich das... In dem Brot... Ganz vorsichtig mit diesem... Ich hasse dieses... Dieses... Dieses Level. Das ist schon mein... Hate-Level Nummer 1. Ja. Damals, als das Spiel neu war und ich das gespielt hatte, war ich noch auf... Auf Beamer unterwegs. Und damals waren die Beamer mit der Leuchtkraft noch nicht so krass. Mhm. Hast du nix erkannt? Ich hab nix erkannt. Aber ich musste es trotzdem spielen, natürlich. Ey, ein so'n Dreckslevel baut From in jedes ihrer Spiele ein. Und man weiß nicht warum. Warum? Was ist eigentlich los mit dem? Ich find's, ehrlich gesagt, passt mega geil rein. Und... Also, ich weiß genau, was du meinst. Es ist furchtbar. Bei irgendwas sind die furchtbarsten Level auch mit die geilsten. Ich mein, diese riesen Trolltypen sind so geil. Mit ihren langen Nasen. Sehen so ein bisschen aus wie von Brösel gezeichnet eigentlich, find ich. Mhm. Und dieser riesige offene Level... Alter, wie lang ich damit verbracht hab. Und alles so dunkel. Okay, hier ist ne ganze Batterie drin. Ui. Game Flavor heißt das. Animal Crossing, Zitrone, Granat, Apfel, Hibiskus. Das sieht aus wie, äh... ein Saft. Tom Nook. Wie diese... Kennst du diese... Wie heißen die Greppels? In den USA? Snapple. Snapple, genau. Ja, lecker. Die sehen so ähnlich aus. Dass man sich hier nicht runterdroppen kann, ne? Ist ja auch ein bisschen cool. Ach, guck mal. Mit verschiedenen... Sachen vorne drauf. Guck mal, ich hab jetzt so einen lustigen Hund. Da ist vorne ein Hund drauf und es steht Game Flavor. Ja, den könnt ihr bestimmt auf der nächsten Messe... Bestimmt finden. Ey, wie halt original noch nichts gedroppt ist und jetzt gleich schon die dummen Ratten kommen. Zumindest wenn der M-Radar wieder einen Stand hat. Ja, das war dumm. Wieso heil ich mich denn da? Reflect. Aufguss aus Früchte und Kräudertee. Probier's mal. Riecht genauso, wie ich erwartet hatte. Also wie ich's... geschwitzt hatte. Alter, wo kommen die jetzt noch hin? Oh, schmeckt überhaupt nicht süß. Das find ich gut. Normalerweise ist so Eistee mega eklig süß. Geil, ist gar nicht süß. Das mag ich. Kirsche, Heidelberg, Kräuter und du hast Zitrone, Granat. Das sieht aber genauso aus. Guck mal, hier geht's lang. Coole Nummer. Lecker. Und da ist wahrscheinlich das Gleiche drin, ne? Oder? Nee, das ist viel leichter. Sag mal, Dennis, kurz. Was? Schaff ich das? Du das schaffst? Ja, das schaffst du. Darunter? Ja. Und dann? Ja, dann nimmst du das Item auf. Sicher? Ja. Gutes Auge. Son of Emerald Raffalable. Oh shit, wir sind lebendig übrigens hier. Wenn ich hier sterbe, machen wir jetzt hier Dark. Was gibt's denn für White Sachen, weißt du das? Ich hab keine Ahnung. Ja, aber zum Beispiel könnte es sein, weiß ich nicht, dass es das Blue Moon Sword dann nicht gibt oder so. Oh, stimmt, ja. Aber dann haben wir es ja eh fast durch und es gibt keine DLCs. Noch nicht. Hol ihn! Das ist ein schönes Geschenk, guck mal, hier sind voll viele Sachen drin. Hammer. Hier waren wir offensichtlich noch nicht. Ach, die sollen wir unterschreiben, das ist das, guck mal. Nee, die behalten wir einfach. Sorry, Emra. Alter, wie geil, ich das schon. Ich hab Blast by Edmund Denzel da aufgeschrieben, wie cool bin ich denn. Ich hab das schon mal unterschrieben. Er hat ja doch geschrieben, das ist meine Unterschrift. Ja, und du fehlst noch. Geiles Teil. Könnt ihr aber gewinnen. Ähm. Werde ich da nochmal auf Twitter verlinken. Guck mal hier. Zack. Das Ding ist das, okay. Das musst du dir merken. Das ist dein Job. Rats. Fucking rats. And we're dead. Genau, das Plague ist scheiße, jetzt such schnell die Frau. Such schnell die Frau. Okay. Ein bisschen Gras. Und jetzt von hinten an den Großen. Nee. Ist auch längst nicht mehr so schlimm. Erinnerst du dich noch an Toxin? Mhm. Dark Souls 1. Du hast nur ein so kleines Blasröhrchenpfeil abgekriegt. Und dann warst du schon doomed. Ja, aber das ist, glaube ich, das Äquivalent. Du bist immer noch doomed. Man sieht es nur ganz leicht. Ja, aber dadurch, dass es nur so wenig abnimmt, kommen wir einigermaßen. Ja, aber mir hielt das irgendwie eine halbe Stunde angefühlt. Dann heil ich mich gleich hoch. Na gut, okay. Ich möchte mal, vielleicht haben wir vielleicht einen Ring. Nachdem das hier mit dem Item Drop. noch eine Kiste in der Kiste gefunden. Alter, was hat der für ein sicker Kombo, ey. Hier ist ein ganzer Lebensvorrat. Pfefferminz. Pfefferminz? In lustigen, wie heißen die Dosen? Blechdosen. Alter, hier sind Pfefferminz für Generationen. Wo geht es denn jetzt hier weiter? Von da komme ich doch. Super dumme Idee übrigens, gerade auf der Hängebrücke zu stehen und versuchen, die Kabel zu schneiden. Fass mal an, fass mal an. Fass mal an. Nein, das sind die Dinger aus Dragon Quest. Ja. Wie heißen die nochmal? Blobby, Bolli. Slurpee, Slurpsen. Äh, Dennis. Naja, schon gut, das hat sich erledigt. Ich bin selber super schlau. Du, clear ruhig deine Ruhe, den Level. Ja, ja, ich hab grad nur nicht, ich weiß nicht, wo es, ehrlich gesagt, wo es weitergeht. Weißt du es? Grad nicht. Weil ich, weil ich bin gerade Pfefferminz-mäßig, geflarcht. Unter uns geht es weiter, aber das ist ja geil hier. Hä? Ach, ich muss da. Okay, ich hab's. Ne, Moment. Nee. Bin ich jetzt völlig bescheuert, Leute? Oh, hält's, hält's. Warum sagst du nix? Ich hab's dir vorhin gesagt. Gut, dass ich in den Chat geguckt hab. Danke, Chat. Ihr habt mir das Leben gerettet. Boah. Ey, ich find den Weg nicht. Downwards. Ja, aber... Wie denn? Ja, drop irgendwo. Du schaffst das. Nimm mal einen Zeldamint. Dann geht's dir besser. Und konzentrier dich aufs Spiel, auf die Zeldamints und nicht gleichzeitig noch auf den zweiten Bitschiff. Ja, wenn du mir nicht hilfst, muss ich in den Chat gucken. Du sollst einfach runterlaufen. Es geht nicht. Geht nirgendwo runter. Sag ich doch. Hier waren wir nicht. Hier bin ich. Hier bin ich richtig. Siehst du, da ist die Frau. Ich sagte, ihr habt vorhin schon gesagt, geh zur Frau. Ja, du hast gesagt, geh zur Frau. Du hast nicht gesagt, geh zur Frau. Ja, da ist sie. Komme. Da komm ich zur Frau. Oh. Was brauchen wir? Oh, das kostet 2000? Das ist aber teuer. Sollen wir drei Stück, Dennis? Wir haben das letzte Mal mir doch auch voll viel Black Pine Raisin gekauft. Ach ja, wie war das? Ist ihr Boy der Boss? Hmm. Hmm. Wie viele Jahre hat es been since that witch Astriah came to this valley with that squid-headed knight? Those ridiculous white robes of hers. I swear I caught her glaring at my son in disgust. Das ist ganz schön eine Marktmanipulation, was die macht. Da mitten im Sumpfgebiet als einziger Shop schön 2000. Ja. Das ist Kapitalismus, Leute. In seiner pursten Form. Alles mal auf Gott ist, glaube ich, ganz gut, oder? Das ist halt ein Talisman. Wolltest du jetzt auf einmal auf Miracles umswitchen, oder was? Ja, ich habe einfach nur gemeint. Das ist eigentlich ganz gut. Okay. Ich glaube, das ist der Standard-Tasis-Mann. Ist da unten irgendwas Böses? Ich habe letztens ein Video gesehen von deinem Kumpel Vati. Und hast du das auch gesehen? Das ist der Hammer. Wenn du einen Boss killst, vaporisiert der ja in so einen Dampf. Und für einen Bruchteil einer Sekunde siehst du den Schemen des ursprünglichen Typen. Und hast du das auch gesehen, dass die drei Typen, die wir gebattlet haben, die letzten drei Typen in Boletaria Schloss, die drei Red Phantoms, das sind die drei Bosse in Menschenform. Ja, ja, das Video habe ich auch gesehen. Das ist ja der Hammer. Ich wusste das nicht, dass die Phalanx eine Frau ist. Der eine mit Schild, deshalb der eine mit Schild, der andere mit Bogen. Genau. Ach, guck mal, hier waren wir doch schon. Das ist der Hammer. Das wusste ich nicht. Das finde ich mega krass. Ja, das ist halt FromSoft, dass die so geilen Scheiße haben. Aber es braucht halt auch Vati, der ist einmal erklärt. So, jetzt kommt Johnson McSchnürsel Bay. Dicknose. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie aus Brösels Federn. Ich mach den jetzt. Wegen der Nase. So eine alternative Vertonung wäre noch ganz lustig. Wenn du da hingehst und er ist, Nee, nee. Nee, nee, nicht mit dem Bogen, nee. Wie endet man die Pfeile? Der ist schon jetzt sauer, aber weiß er noch gar nicht, dass er gleich getroffen wird. Ey! Nee, nee! Oh shit, der kommt aber schon. Der schießt! Das hab ich nicht gedacht, dass der direkt so angepounced kommt. Haut er sich hier rüber? Der haut ab, oder? Der ist schon wieder. Ich bin lange wieder in seinem Startpunkt. Wo ist er denn? Wo er immer steht. Spam-Anruf. Ich krieg nur noch Spam-Anruf, Alter. Ich brauch nur ein neues Telefon. Ich brauch nur ein neues Telefon. Alter, was für ein geiles Geräusch die machen. Die Pfeile? Das ist die Mann so richtig fast wie Laserpfeile. Ja, Leute. Das nennt man Kiten. Hier bin ich. In the butt. Not what? In the butt. What? Shit, komm. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Hat der mir gerade ein Schrecken eingehakt, Alter. Das hat aber auch alles gegeben, um ihm nochmal die Chance zu geben. Ich war nicht drauf vorbereitet, dass der immer offensichtlich ab der Mitte einfach losstürmt. Ja, ja. Das nennt man Kiten, ne? Ja. Oh. Alter, erschreckt. Ja, ja. Der Spott ist verdient, aber noch lebig. Ich hab Zeit, dass wir hier endlich mal einen Checkpoint oder einen Shortcut oder so klar machen. Weil hier waren wir jetzt gefühlt auch schon wirklich mal. Dass die, guck mal wie die explodieren. Viel zu lame. Da ist viel mehr Blut drin. Siehst du das? Das ist ne fucking Zecke. Da muss viel mehr rausspritzen. Und dann muss das richtig runterlaufen. Das ist nur ein Chunk, Alter. Kannst du noch? Fernkampf ist geil in Dark Souls. Ich mach's auch, oder in Demon's Souls viel zu selten. Aber eigentlich ist das geil. Eigentlich macht's Bock. Ich glaub, in Dark Souls 2 war's, wo sie eingeführt haben, dass man laufen kann dabei. Das war bitter nötig. Damit man nicht so stationär ist. Aber eher so ein bisschen... Oh, da ist noch einer. Geht ja. Was hab ich denn da so'n Geschiss grad gemacht? Sind ja voll Baby-Eier leicht. Oh, guck mal die Blut-Egel da. Oh, an der Wand. Bisschen rechts und auf dem Boden. Stopp. Ja. Ja. Bäh. 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 Bäh, 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 bäh. Jetzt sucht man da nochmal ran. Ja. Geil. Es gibt Nudeln, die so aussehen. Ich hab vergessen, wie die heißen. Aber die sehen so aus. Das ist schon schön eklig, ne? Ja. Das ist richtig schön. Hattest du mal Blut-Egel als Kind? Wie, hatte ich mal Blut-Egel? So essen, oder? Nee, ob die mal an dir rangebackt sind, als du irgendwie aus dem Wald oder aus dem Park wiederkommst. Nee. Nee? Ich kenn nur diese Szene von Stand by Me. Weißt du, wo die durch diesen Sumpf da gehen und dann am Ende haben sie alle Blut-Egel an sich. Das hat sich auch irgendwie in mein Gehirn gebrannt. Ich hatte als Kind ein paar Mal Blut-Egel, wenn ich da beim Stadtpark irgendeinen See abgehangen hab. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Das sah unten, sieht so prickelnd aus, aber... So, Bostheim, oder? Ist noch nicht. Äh? Ja. Go. Oh, gib ihm. Easy. Hier waren wir ja sogar schon. Ja, der ist so easy. Mach ihn einfach platt. Ja, wie denn? Bist du nicht mal... Ähm... Bist du nicht mal poisend? Was muss ich denn? Du gehst einfach zu ihm hin und verpugelst ihn, glaub ich. Der wirft mit Sachen. Wenn du dich bewegst, passiert dir nix. Also du meinst, ich muss hier einfach nur... Ich muss runter. Aha. Und dann trifft er mich nicht, ne? Ja, und dann wirst du laufen, schnell. Ja, hier sind... Speedys, Pizzen. Da hab ich ihn reingelegt. Ein bisschen verarscht, siehste? Machst doch alles richtig. Bis unten. Genau. So machst du jetzt einfach nur... Und dann ist er tot. Gib ihm. Schnell, der regeneriert sich. Weiter, ne? Regeneriert das, Bitch. Yes, yes, y'all. Ja, schade. Warum? Ja, das ist... Ich mein... Da hab ich jetzt nicht das Adjektiv genannt, womit ich gerechnet hab. Ja. Also, hm. Das ist ja alles zu easy, ne? Bisschen. Bisschen. Zu... Zu flawless. Suckersteam. Also, da hast du natürlich auch... Äh, nicht vergessen... I make it look easy. Ist ja auch hier natürlich schon gehobenes Skill-Niveau. Präsentiert von Edmund Denzel. Ja. Die Leute schalten ja auch nicht einfach umsonst ein. Ich bin der Shroud der Souls-Spiel. Wo geht's lang? Da. Hab ich hier noch was? Irgendwo? Nö, ne? Ich weiß nicht. Nö, ich glaub nicht. Genau, jetzt, ähm... Wie heißt er noch? Vin Lengard oder so? Wie heißt der nochmal? Vin Lengard? Zusammen mit der Mistress. Das ist ein Boss. Easy. Und wer ist der letzte Boss? Oder war das? Keine Ahnung. Sieht schon nice aus. Rhyme for Dying. Jetzt kommt erstmal der Swamp. Passt. Ja, danke für den Tipp. Genau, und daran erinnere ich mich. Ich hab mich hier an diesen Rand gestellt. Und ich hab nichts gesehen von dem, was hinter der Klippe war bei mir auf dem Beamer damals. Nichts. Das weiß ich noch. Und dann hab ich mir nämlich dann so ein Plasma geholt und dann gemerkt, Alter, da ist ja Shit. Geil aus oben. Und da unten so kleine, was ist das? Sind das die Fallen? Darf man nicht durch? Da war doch irgendwas. Ja, das ist... Als erstes müssen wir eine Diebesrüstung anziehen irgendwie, ne? Die mit der höchsten Poison. Ansonsten haben wir hier ein Riesenproblem. Ja, das war, glaub ich, schon eine gute. Die war, glaub ich, auch echt ganz gut, ja. Wir haben jetzt auch gar keine anderen... Sachen. Hier ist, glaub ich, nur der Shortcut später, ne? Sind gar keine normalen Pfefferminz. Ich seh, hier sind zu schwer da. Kann ich, glaub ich, schwer erkennen. Aber glaub mir, das sind kleine Zelda-Schwerder und die schmecken nach Citrus-Kram hier. Sind so wie Pads. So schön hart. Oh, das ist ein... Komme ich da wieder hoch? Ja, ne? Letztens gelernt, Pads kommt von Pfefferminz. Der Name. Eigentlich österreichischen Ursprungs. So, da ist nämlich der Shortcut. Da gibt's bestimmt irgendeinen Glitch, den die Speedrunner kennen. Wo du mal kurz eben... Dings machst und dann kommt die Brücke runter. Aber tatsächlich muss man da erst komplett außen rum gehen. Da liegt ein Item. Wie ist denn jetzt hier die allgemeine Vorgehensweise? Du rennst da jetzt lang, verprügelst alle. Und wir müssen da eh ein paar Mal rein, ne? Oder wollen wir nicht alle Items holen? Ja. Da hinten ist ein Liz. Aber hier war doch so eine Art Shortcut oder so, ne? Ja, da hab ich doch gerade erzählt, die Planke. Hm. Oh ja. Aber die ist erst später. So, wir überlegen uns ne Strategie, wie wir's machen. Und, ähm, dann geht's hier gleich los mit Level 5, 2, das beschissenste Level in Demon's Souls, meiner Meinung nach. Ähm, du wirst gleich das Pet kriegen, das kann ich schon mal garantieren. Geil. Jetzt gibt's kurz ein bisschen Werbung, dann geht's hier gleich weiter. Bis gleich. Hau mal rein, schmeckt gut. Gleich. Das ist die Belohnung gleich. So, wir machen weiter hier, äh, Valley of Definement 2. Ich würde ja... Ja, nix mit trinken, als Belohnung hast du gesagt. Komm, du bist getränke, ich hab extra... Das ist ja so dumm, ey. Alter. Da wollte ich grad loslegen mit dem Level. Lauf ich in die richtige Richtung? So, so viel zu pure white, ne? Ah, ist nicht schlecht. Ich weiß, was du meinst. Ist nicht so süß, wie man denkt, weil vorne irgendwelche falsche Richtungen. Ja. Ehrlich gesagt, schmeckt's genau wie... Muss in die andere Richtung. ...Eist Tee, aber nur nicht so... Echt? Muss in die andere Richtung? Ja. Ähm, ja, es ist nicht so süß, wie man denkt, weil ja völlig die Animal Crossing-Leute drauf sind. Ja, die sind jetzt direkt eine Stufe stärker, merkt man. Davor hat's nämlich direkt eine... Ach so. ...einen Schlag gebraucht. Die in welche andere Richtung? Hier geht's nochmal? Ich soll ja in die andere Richtung? Hä? Geht's da nicht links runter? Hier? Da irgendwo. Nein. Ach, wo oben lang? Dann hab ich vielleicht falsch... Falschaussagen getätigt. Bäh. Oh, Entschuldigung. Das... Oh, das wollte ich nicht. Was? Rülpsten? Na, ich geb's so. Vielleicht doch. Das ist jetzt natürlich ungleich schwer. Jetzt kannst du den Kling Ring eigentlich wieder anziehen. Und wenn du diesen mickrigen Energiebalken... Diese Ausrede dieses... für einen Energiebalken. Aber Thief Ring ist in dem Level auch nicht schlecht. Alter, wie man die Seiten sehen kann. Ich bin mir sicher, dass auch früher auf guten Bildschirmern weniger gesehen hat. Du siehst ja richtig das Ende des Levels da hinten. Alter Schwede. Früher hab ich... Man hatte früher kein Gefühl, wie groß das Gebiet ist, in dem man hier gerade läuft. Aber so geht das. Kriegt man gar kein Poison hier? Doch. Ja. Ja, aber ich krieg kein Balken unten. Kriegt man kein Balken mehr? Naja. Ist ganz schön tief da. Was war da nochmal los? Kann ich Claymore auch noch gleichzeitig? Ja. Alter, das sind so Quallenviecher. Ich geh... Holy shit. Bleib mal locker. Okay. Irgendwo ist doch da ein Dicker auf irgendeiner der Inseln. Aber wieso werde ich denn nicht vergiftet? Das weiß ich nicht, weil du einen Poison Ring trägst. Wahrscheinlich hohes... Hohe Poison Resistance gerade auch mit der Rüstung in dem Ring. Das ist wie so See-Igel mit Zentageln. Ah, jetzt bist du Preuse. Jetzt bin ich geil. Aber du hast Moss, ne? Das ist direkt... Soll ich mal Moss? Das ist auf dem Fod-Button am besten. Ja, ne. Ich werde nie wieder poison. Okay, weiter da lang in die Richtung. Jo. Let's go. Oh, man kann doch laufen hier, merke ich gerade. Guck mal, da ist Ferd, er ist McFerdenstein. Pass auf. Dennis, was ist da los? Ey, der ist mir aber auch an eine schöne Stelle manövriert. Oh, scheiß Sumpf. So. Zack. Claymore's Quatsch. Eine lange Reit. Mann, Feuer brauchst du hier. Glaub ich gerade in die falsche Richtung? Dieses Level, ey. Man kann auch einfach durchrennen. Aber das ist nicht Edmund Denzel-Style. Aber es geht. Du kannst relativ easy den Shortcut öffnen. Einfach alles andere ignorieren. Nicht in dem Sumpf stehen bleibt. Gut bleiben, Junge. Ja, ich laufe jetzt nie durch den Fall. Das ist, wie es ist. Alter, was? Wo bist du denn? Oh, das ist, glaube ich, ein guter Ring hier für den Sumpf. Der Counter hat das gut. Poison. Wie siehst du? Das ist fast Stillstand da oben. Weißt du wirklich noch, wie man den Shortcut öffnen kann? Das ist, wie man den Shortcut öffnen kann. Ja, ja. Ist hier hoch. Ist geriss. Und dann ganz an der Wand entlang. Oben sind die Blutegelfliegen wieder. Irgendwo ist hier auf jeden Fall, da oben ist ein Dicker. Der Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt. Nein, ein Dicker. Sorry. Da blubberts. Ist das härter als alles andere oder was? Ist das richtig der geile Scheiß, was blubbert? Das ist eine Waffe. Im Ernst? Swamp of sorrow, okay, 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 ist jetzt einmal außen lang gelaufen. Ja, da rechts war schon der Aufstieg zur Plattform. Okay, ein Schlag. Was geht mit der Leiche, siehst du das? Das ist hier der Hammer. Das ist hier mega... Und jetzt... Alter, das ist das... Cool. Mir fehlen die Worte. Wreckdoll. Genau, das wäre das Richtige. Aber dass die auf dem Boden noch von der Waffe selber, das finde ich schon geil. Alter, danke. Das war übrigens der hundertste Kill. Der hundertste Death. Ja. Ey, nimm mal das Feuerschwert, die Lanze ist hier nicht so gut. Doch, ich kämpfe ja unten gleich gegen die Qualen und warte mal, du bist jetzt da und dann da lang und dann da hinten oder ich lauf hier gerade, ja, ich lauf lieber hier gerade. Geht's nach? Ihr sterbt eh. Geht's nach? Okay. Aber jetzt mal im Ernst, gab's denn Demon's Souls noch keinen Balken unten, der angezeigt hat, wann du Poison bist? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, sonst wär der ja hier, ne? Ist ja krass. Da liegt aber auch eine ganze Menge Shit. Da ist schon ne dicke, ne? Peega Dreams schreibt, der Ort erinnert mich an Blythe Town, ja. Blythe Town ist auch im Prinzip eine kleine Reminiscenz an Valley of Defilement. und ich würd sogar auch von Dark Souls 2 The Gutter auch damit einordnen wollen. Ja, ich würd sogar von Bloodborne das Fischdorf damit einordnen. Das Fisch. Das mit dem Piratenschiff? Das war Dark Souls 2. Ich mein Bloodborne. Oh ja, du hast recht. Das ist Fischstoff, ja. Tatsächlich. Und was gibt's in Dark Souls 3? Das der nicht ges- von hinten nicht gedödelt werden kann, ist nervig. Boah, die Aufstehanimation. Safe. Das war ne 100 Sekunden. Die Eier aus Stahl. Nice. Foto-Finish. Der Sumpf, natürlich in Dark Souls 3. Farron Keep. Stimmt. Und in Sekiro gibt's da auch was. Sumpfiges. Ja, mit den Affen da, oder? Unten. Alter, da ist ja noch eine. Ey, ich hab am Wochenende, hab ich wieder Zelda gespielt, wieder reingelegt, noch ein paar DLC-Quests gemacht. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie geil, aber wie flawed das Spiel auch ist. Und theoretisch kannst du, also wenn FromSoft das richtig hinkriegt. So, dass das nicht so Ubisoft-mäßiges Open World ist, so sammel zehn Goldfedern und hier ist wieder eine von diesen 20 verteilten Shrines. Und hier ist wieder einer von diesen Tempeln und hier, weißt du, was ich mein? Sondern wenn das alles sich unik und designt anfühlt in der Open World. Ah, ey, dann wird Elden Ring, könnte das Zeug haben zum allerbesten Spiel aller Zeiten. Aber man muss aufpassen mit der Erwartungshaltung. Eil dich mal. Das war ja eigentlich. Das geilste an Dark Souls ist die Tatsache, dass diese Würmer ganz tief unten, wenn sie dich angreifen, irgendwann dir einen Parasiten in den Kopf pflanzen, was du gar nicht mitkriegst. Weil der Bar aus dir auch rausbricht. Und irgendwann bricht er aus dir raus und du kannst keine Helme mehr tragen. Ich wusste nicht, was das ist, Alter. Keiner wusste, was das ist. Das ist so krass gewesen. Eilen, bitte. Das gibt es hier leider nicht, obwohl es hier so parasitäre Viecher gibt wie die. Kaka. Kaka. Eddie, was sagst du? Ist das Cyberpunk? Ähm, bist du schon durch? Nee, ich hab erst so sechs Stunden oder so gespielt. Mir macht's Bock. Ein paar Bugs hab ich, aber nicht schlimm, ich zock's auf der PS5. Aber das Positive überwiegt. Mir macht's Spaß. Es ist ein bisschen das, was ich mir von einem neuen Fallout so ein bisschen gewünscht hätte. Also natürlich sind die schon noch sehr unterschiedlich, aber ... Nein! Ah! Shit, fuck! Naja. Aber es ist schon einfach so vom Storytelling her und so genau das, was ich mir erhofft hab, ehrlich gesagt. Ist das da das Nebelgate da hinten? Ich weiß es nicht. Nur sechs Stunden in zwei Wochen spricht nicht fürs Spiel, schreibt God of War. Nee, spricht nicht für mein Leben. Ah, hier gibt's das, äh, Blue Blood Sword. Äh, Blue Mars, äh, Dingenskirchen irgendwo. Links. Aber ... Aber ich weiß nicht genau, äh, weiß ich genau wo. Wie. Mal sehen, ob's da ist. Ich glaub, es fällt von der Decke oder so? Nö, da liegt's. Die Spinnenfunnel, äh, die Schnecken fallen da oben. Da ein Feuerfall reinballern, ne? Ja. Gut, farmen die Dinger hier. Guck mal wieder. Guck mal wieder. Wuh! Nee, nee, nee. Da musst du ein bisschen aufpassen, merk ich gerade. In doch wenigstens das Item. Da muss man da nicht nochmal hin. ja ja warte ja bei jaja war das gegenteil genau wirklich immer mehr wahrscheinlich so weit ne ich weiß dann kriegen das jetzt nicht mehr genau wie das scheiß andere super dragonstone mann äh sword schade hartes daimio fuck eddie was sagst du zum einfach zieht 17.30 heute bundesliga gucken da werde ich mich dazu noch äußern habt ihr beide schon mal neo gezockt ja den ersten teil habe ich sogar ziemlich viel gezockt hat mich aber dann irgendwann ein bisschen vom level design die motivation verlassen sage ich mal ich mochte auch nicht dass das so abgeschlossene stages sind und neo 2 habe ich dann ehrlich gesagt noch nicht angefangen wollte ich immer mal machen aber ich habe auch gehört und gelesen dass das halt so ultra schwer sein sollen frustig und ich hatte nach sekiro mir so bedingt bock auf dann soll ich einfach durchgehen da ist eh kein boss da geht es weiter das level bist du irgendwann auch mal der schloss kann man das gerne was ich glaube ich weiß so kann man okay hier kannst du die nicht kämpfen mit der cam studio gespielt die können ja ja durch mir war es dann auch irgendwie ein bisschen zu viel also bei teil 2 dann da gibt es dann so viele und movements und zauber und alles ja gut aber so langsam erinnere ich mich wieder genau da musst du mal ich glaube wir waren kurz vorm shortcut wenn man diese kleine holzdürfchen da durchgelaufen wäre hätten wir den shortcut öffnen können schade leider kein moonlight sort ich weiß nicht wo es das genau gab ja genau da wo wir waren aber du musst halt pure white haben oder ich glaube dann an die schnecken dann auch anders ja ich weiß es gar nicht mehr da war das erst im nächsten also die die kacke sieht viel geiler aus als früher ich finde da haben riesen dünn schiss haben wir schon fortschritt gemacht in der darstellung von scheiße legendary warrior soul mitten in der gülle jungs ihr seid aber auch hartnäckig ist auch gut sein aber wie das pet jetzt vibriert kurz als ich oder ist das nicht sogar ich glaube es war ein mädel was war das nochmal ist das die mit dem cleaver gewesen glaube ich oder äh ne die war bei dark souls glaube ich unten oder ja ah ja das kann sein suck es doch ein schad oh 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 schönes schwert das was das für ein geiles das ist das greatsword du machst du platt ne im first try ja ja natürlich mit easy du bist halt die ganze zeit poison ne je länger du da stehst naja das ist alles cool aber wenigstens stehst du nicht im sumpf überleg dir wie du den kämpfst ne du kannst den nur auf diesen kleinen inseln bekämpfen ansonsten bist du tot weil du dich nicht bewegen kannst so bekämpfe ich den ok glaubst du es etwa nicht oder was hast du nicht beim old monk zugeguckt oder deswegen doch ich glaube nicht ich glaube nicht glaub dir nicht dass du an mich glaubst das klingt ironisch ja doch ich glaube dass du ihn auf deine art und weise erledigen wirst not sure if this or oh jetzt kommt er schnell auf den lauf 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 du hast recht es ist die dame mit dem cleaver pick it up pick it up ja nicht schlecht pick it up pick it up pick it up pick it up let's go du 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 cat ring yeah jetzt können wir von da oben direkt runter jumpen es ist nicht mehr ganz so scary wie früher dadurch dass man mehr sieht ne mhm dadurch dass man ja wie du es gesagt hast jetzt genau die level begrenzung sieht verliert es ein bisschen an einschüchterung oder wie man es nennen mag ne es gewinnt an orientierung vorher hattest du keine orientierung du wusstest nicht gehe ich in die richtige richtung wie weit geht das noch in diese richtung wie endlos ist das überhaupt weil der level ist ja schon überschaubar von der größe her eigentlich schon aber wenn du nichts siehst damals und nicht wusstest das war eigentlich bei diesem level mega krass jetzt hm du musst warst ja damals gezwungen am rand lang zu gehen durch die mitte zu gehen hatte ich ja komplett desorientiert du wusstest ja am ende gar nicht wo du warst man musste erst mal um den rand lang gehen um überhaupt orientierung in diesem level zu haben das blende voll das schwert ja ne bunsenbrenner ey was trotzdem zwei schläge und so kurz ja sehr kurz kurzer buff der nicht viel gebracht hat wenn ich jetzt mal ehrlich bin und trotzdem zwei schläge muss das endlich auf zehn machen das claim ja darmung gras sehr gut komm hoch den steg pass auf mit den fliegen ja die sind eklig am besten läufst du diese bekämpf sie nicht da oben du fällst eh runter wenn du die bekämpfst das ist viel zu gefährlich ich will nicht zu viel triggern so wie du eben die kommen unendlich genau das ne ja ja die fliegen kommen glaube ich unendlich hat mich grad ne fliege gebacksteppt ja ja deswegen meine ich grenne einfach durch bekämpft die hehehehe boah die sehen sie das sind mücken ne riesen mücken moskitos und wenn du ganz oben runter droppt liegt ein item das ich verpasst habe wäre geil wenn du das holst wo denn ganz oben wenn du hoch gehst und dann droppt merrow stone auch nicht schlägt ich würde einfach gehen genau und unter dir siehst du es schon fast leuchten da ist das item in diesem konstrukt darunter jetzt kommt die drop passage hier genau drop hier drop jetzt nach rechts genau da und jetzt genau siehst du schon es ist nicht schwer muss man halt nur wunderbar und es ist black pine resin ok der hat einen drop down schlag oder was jetzt sind wir auf der anderen seite von diesem gitter und das heißt hier gibt es theoretisch auch wieder items mhm das leuchtet recht prominent das ist bestimmt was gutes eine leiche ist das der flutet flutet man aus dem vorspann eigentlich mit dem flutet helm ja ne geil ja hat man den nicht schon häufiger gesehen weiß ich nicht ist der nicht eigentlich auch im nexus oder so das ist der eingang ne ich will einmal ja komm da ist der eingang ne Naja, aber du kommst nicht kannst hier nicht aufmachen, meine ich. Nee, nee. Müsstest du nicht den Weg oben lang gehen. Das hätten sie eigentlich mal machen können. In so ein Brett, das man von der Innenseite... Ja, mit so einem kleiner Motorroller, dass das hier alles ein bisschen schneller geht. E-Scooter. Ein Uber. Ja, ist nicht gesund. Für uns wohl alle eigentlich. Sieht schon geil aus. Keine Ahnung, weißt du das? Marrowstone? Marrowstone. Ich hab das Gefühl, dass wir die heute zum ersten Mal looten. Dass ich die noch nie gehört hab. Tut das auch? Oder haben wir die schon gelootet? Weiß es nicht. Ist das das, wo du warst? Ja. Da oben ist das Schwert, oder? Nee, nee. Ist schon bei den Schnecken unten, glaube ich. Oder? Ich mein, vielleicht irre ich mich. Mal ein Bug. Das Licht, ne? Nee, die fliegt. Achso. Jetzt kannst du sehen, ob das Männchen oder Weibchen sind. Da ist es dunkel. Und ist da oben ein Item, oder leuchtet es einfach nur so? Item. Da ist wirklich ein Item. Ein Item. Ein Item. Da steht er. Ja, da muss man wohl von oben runter droppen, ne? Ach ja, stimmt. Oben ist ja der Sack mit... Nee, Quatsch. Oben ist ein Sack mit Schnecken. Den musst du erst abschlagen. Und ich glaube, dann fällt das mit runter. Bogen geht nicht. Ja, da oben. Probier mal Bogen. Ich weiß nicht. Da oben ist, glaube ich, ein Schneckensack. Siehst du? Da ist es. Da, ich sehe es schon. Oh, die kommen. Feuer ist hier schon gut. Ja, ich sehe es schon. Gar nichts. Nee. Passiert nicht. Ja, Dennis, aber da muss was passieren. Wir müssen hochlaufen. Da oben sind noch Bredder. Du musst so mit dem Schwert abschlagen. Einmal noch, weil ich es immer noch nicht glauben kann. Wie viele Pfeile brauche es? Vielleicht treffen wir einfach nur das richtige Ding nicht. Da ist den denn ganz oben? Die Seile. Wir müssen ja eh hoch, wenn wir die anderen Items haben wollen, die da noch an den Klippen liegen. Na gut. Ich weiß zwar nicht mehr, wie man da hochkommt, aber ich glaube, schwer war es nicht. Das ist bestimmt ein Standardweg von hier. Oder vielleicht. Ja, guck mal da vorne. Sieht doch aus, als wenn es da hoch geht. Wollen Sie mit den Items da hinten? Sind da noch welche? Erstmal mache ich den Shortcut. Ja, mache erst mal. Nun leid. Ist das nix. Ist das eine Anspielung auf Titanic? Ist er am Ende? Habe ich gerade nicht. Ach, weil er eine Tür war oder was? Weil er einfach... Auf der sie sich retten, ja. Also sie sich oder er sich. Dann haben wir aber echt sauviele Titanic-Anspielungen in Videos spielen und überall, oder? Ja. Ja, wir nehmen so eine Tür. Ach so meinst du ja. Ich freue mich natürlich. Gleich kriegst du nur einen, ne? Das ist der Plan. Sehr gut. Ich werde gleich angepulzt. Komm mal. Ich sehe auch jetzt erst im Remake, dass die auch nur Masken tragen. Ich dachte bis jetzt eigentlich, dass die alle lange Nasen haben, die Riesentypen. Er hat mich erwischt. Ich bin untergetaucht. Wechsel dein Heil-Item, ne? Sehr gut. So, schön. Das alte mit Grass. Er wartet, verliert. Neil. Patrick Harris. So. Dann haben wir hier noch. Kommt einer. Johnson, Mike Flurry. Ah, das ist ein... Der habe ich um. Das ist ein Ergifter. Ja. Stimmt. Was war mit denen? Ich glaube, die können casten, ne? Zaubern. Hier links rauf. Kommen wir zu deinem... Moonlight Great Sword. Na ja, wir wollen doch erst den Shortcut. Aber wir sind doch schon direkt... Wir müssen doch hier hoch nur den Shortcut irgendwo machen. Ne, du musst jetzt erst noch mal durchs ganze Dorf links. Du musst da komplett durch an den Castern vorbei. Aber das machen wir. Ja, da steht ja einer. Sie schon wieder? Ähm. Wie ist sie denn da hingekommen? Dark Moongrass 10.000 Mirdan Scale Armor. Geht's hoch. Links meine Seelen noch einsammeln? Ja, und sehr vorsichtig, hier sehen wir, ob der lebt Oh, oh, oh. 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 Musst du eh hin, weil da so ein Item-Ding ist, jawohl. Und hier kommst du, glaube ich, auch easy hoch. Da hält wieder die Arme noch so. Und jetzt? Boah, da ist gerade noch irgendwas runtergefallen. Hast du das gesehen? Was Totes, oder? Was Großes Totes. Und wie kommt man da rein? Wo bin ich denn da gerade runtergefallen? Hier, links. Kontaktdinsen verloren, oder was? Dafür ist er doch da. Du musst erst weiter und dann kannst du oben rauf. Und irgendwas ist in meinem Brain, das mir sagt, hier war noch ein Tendency-Event. Aber das haben wir ja jetzt, glaube ich, eh versaut. Hoch. Genau, es geht erst am Ende hoch. Geh! Ich glaube, hier geht es auch gleich zum Boss, ne? Hier kommt man noch nicht hoch. Nee, nee. Muss noch weiter. Das ist zurück, ne? Ja? Ja, du läufst jetzt zurück gerade. Genau, hier links und dann einfach weiter. Na, kannst du sogar vom Sumpf heraus. Rauf, meinst du? Ja. Das würde ich, bist du dir da sicher? Oh ja, doch. Aber auch nur von dem Teil hier. Ich nehme das, falls du da runterfüllst. Hier war irgendwas. Irgendwas war hier. An dieser Stelle. Irgendwas. Mach mal weiter. Nein! Vollidiot. Da unten ist das auf jeden Fall. Oh. Ich meine, hier ging es auch dann direkt zum Boss. Black Man, hau ihn um! Schneller! Jawohl! Oh, sehr gut. Das ist ein Black Man genannt. Plague Man. Plague Man. I don't see Plague. Sehr hoch. Da geht es irgendwie noch zum Boss. Ich bin schlecht. Da hast du reingelegt in diesen Punch. Hier geht es zum Boss. Hm. Der auch nicht so schwer ist. Ist das Wal Gin Lind? Gin Wal Lind? Nee, das ist ein komisches... Was ist das denn? Nee, du hast recht. Das ist... Diese Schlucht, glaube ich, ne? Wo... Er, genau. Sie, Wal Gin Lind, sie verteidigt. Und du musstest ihr, glaube ich, nur einen Schlag oder so verpassen oder sowas. Schürtel! Aged Spice. Ja, gut. Ja, genau so. Ja, genau so. Äh, an Rally. Nee, shit, wie geht das? Ja. Ja. Toll. Ja klar, manche andere Menschen haben andere Meinungen, aber die... sind da irgendwo... Mh... Den hast du auch noch wüst beschimpft. Jetzt ist er tot. Gut. Und wir hier... Uh! Storage. Was kriegen wir? Dark New Grass. Okay. Das ist natürlich auch sehr schwer, das Gras. Ja. Sonst ist hier nix mehr. Nee. Nada. Wenn man Verstecken spielen würde in Souls. Wo würdest du dich verstecken? In dem hier, im Demon's Souls. Hier, jetzt wo du es gesagt hast, würdest du wahrscheinlich hier als erstes suchen. Deswegen... Keine Ahnung, wahrscheinlich hinterm Endbus von Bolizaria. Hahaha. Oder du meinst, äh... Da wo die Gargoyles kommen, oder was? Nee, hinterm allerletzten Boss. Ach so, okay. Ja, ich würde mich auch dabei... Tower of Latria. Dann würde ich mich einfach gar nicht verstecken, sondern einfach hinstellen. Und wenn dir einer kommen will, und mich enttarnen will, kommen die Gargoyles und tragen ihn irgendwo hin, wo er keinen Bock drauf hat. Ach ja, stimmt. Genau da hinten beim Boss, ja. Hahaha. Da war ein Item unter dir, ne? Ja, aber erst mal Shorty-Shorts. Erst mal Shorty-Shortsen, okay. Ja, stimmt. Du musst ja eh zurück. Ah, da gibt's nämlich noch die. Fall jetzt nicht runter, bitte. Faxus-Moskito. Die haben die extra dahin gemacht, damit man gegen sie kämpft und runterfällt. Spannung. Hier ist noch gut. Solange wir Gleasites von dem Gerüst sind, ist es noch nicht ganz schlimm. Spannung. Ja, aber pass auf, Lizard gleich, ne? Alter, der ist mir so egal. Der ist mega wichtig. Ohne den Lizard. Der droppt nur so Marrowstones und so, die wir eh nicht... Der wird gleich den Ultimate Marrowstone schanken. Den Ultimate Marrowstone. Tö, 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 tö. This is the way. Den find' er gut. Ja, das ist aus Mandalorian. Guckst nicht Mandalorian? Doch schon, aber... Das ist so oft gehört in letzter Zeit. This is the way. Das kann man hier gar nicht mehr... Aber bei Souls kommt das schon mal. Die Champions! Sehr gut. Okay, das heißt, wir können jetzt vom Eingang hier lang. Aber brauchen wir nicht, weil du machst ja den Boss jetzt im First Trial. Und dann... Ja, da unten ist noch dieses tricky Item, was von diesen drei Rattenmännern bewacht wird, ne? Ich weiß aber auch nicht mehr, was das war. Naja, das Moonlight Sword haben wir auch noch nicht. Das wäre eigentlich prioritätstechnisch recht weit oben, würde ich sagen. Wir können es eh nicht benutzen, ne? Ja, das stimmt. Das ist ja gerade mein... Das sind sogar vier. Ein direkter Treffen ins Abdomen. Wenn man wieder so ist. Aktiment. Scheiße, das dauert ja ewig. Ne, ne. Was machen wir? Wegrennen ist nicht, glaube ich. Eidrunner und Dennis sind easy. Das sind vier Stück, Dennis. Gib her. Du willst das Pet, Alter. Ich geb's dir wieder, wenn ich unten stirb. Du sagst, du packst es? Ja. Gib mir nur das Feuerschwert oder was wir da haben, außer nicht den Speer. Ich denke gerade, wenn du runterspringst, erst mal dich aufzuladen. Wie tief ist das? Das ist mir zu schätzen. Wir haben den Shortcut. Aber ich hoffe, ich sterbe nicht beim Springen, ne? Okay, ich probier's, ja? Wee! Oh, easy. Jetzt will ich was sehen, ey. Holy shit. Oh Gott, war das eine Enttäuschung. Ich bin nicht auf die Insel gekommen. Du kannst nicht rollen in diesem Scheiß. Willst du wieder haben? Oh, wär ich auf die Insel gekommen, hätt ich denen allen den Arsch versohlt. Alter Schwede, war das eine Enttäuschung. Ja, das geb ich zu. Aber jetzt ist der Krieg mit denen eröffnet. Ja. Jetzt gibt's hier erst wieder Progress, wenn die tot sind. Ah, hatten meine Eltern die Jahre doch die ganze Zeit recht, ey. Ich frag gar nicht nach. Ja, sie ist wieder da. Ein Feinstone-Chunk, ne? Es gibt so viele verschiedene Schweine in diesem Spiel. Hm. Gibt doch keiner durch, ey. Was war das hier? Nee. Irgendwann auf der anderen Seite ziehen. Da. Alter, drei Stück ist lebensmüde, Alter. Das ist nicht zu schaffen. Meiner Meinung nach. Du musst nur auf dieses Scheißding in der Mitte kommen. Und du hast ja den Trick gerade schon gezeigt. Am Anfang erst mal zwei, drei anschießen, dass die weglaufen. Dann hast du da nämlich erst mal Zeit. Oh, das ist eine gute Idee, es den jetzt zu dir zu pullen. Keine Ahnung. Ich hab nicht groß nachgedacht. Die Antwort lautet Nein. Aber ich kann deine Überlegung schon nachvollziehen. Nicht von oben mit Pfeilen, sondern von unten aus der Scheiße. Ja, ich wollte den pullen halt. Ja, hm. Ich würde es alle lassen bestehen. Ich wusste nicht, dass... Was? Die würde es jetzt machen, oder was? Jetzt auf einmal hatte ich... Ja, dann hol wenigstens das Item. Du musst sie von mir aus nicht killen, aber das Item überlassen wir denen nicht. Das Moonlight, du hast schon das Moon Great Light Sword. Wie heißt das? Moon... Great Moonsword Light? Oh, shit. Also hier erst mal rüber. Boah, diese Stühle waren... Dann kriegen wir den komplett durchgesessen. Echt? Ich finde die mega geil. Die kosten aber auch ein Vermögen. Hart wie Stein. Richtig gealtert diese... Das ist wahrscheinlich der Sitz auf dem Picard auch, die Enterprise gesteuert. So geil sieht der aus. Hat der überhaupt die Enterprise gesteuert? So gesehen, Typ, der nie Star Trek geguckt hat, hast du vollkommen recht. Ich habe schon mal Star Trek geguckt. Es gibt einen Star Trek Film, wo sie... Sie können ja die Untertassensektion abspalten, das weißt du ja, ne? Aber dann müssen sie... Die Disc oben, ne? Können sie abmachen. Aber dann müssen sie rein, hinten, und dann hinten steuern, und dann haben sie so einen Joystick, mit der sie die Enterprise steuern. Da musste Riker dann mal in einem Film mit einem Joystick... Das nennt sich die Kampfbrücke. Auf der Kampfbrücke mit einem Joystick. Eine wunderbare Sitz. Mal hier, wie durch das ist. Sieht doch wunderbar aus. Da ist nix, Leute. Das ist komplett durchge... Es ist ein bisschen eingedellt. Aber ganz ehrlich, woran liegt das wohl? Stahl hart. Okay, also, wir sind jetzt hier oben wieder bei den Typen. Und ich mache jetzt das, was Eddie gerade auch gemacht hat. Nämlich einmal kurz... So, und jetzt die Typen da unten, weil... Die hauen dann ab, anscheinend. Da hast du auch acht Pfeile, ne? Siehst du, wie die abhauen? Mhm. Zack. Und dann gehe ich auf die Insel. Wenn er auch nicht... Du holst einfach die Items und verpiss dich. Ich battle die dann. Siehst du, wie weit... Jetzt hol doch... Ja, ja, ich hab's gesehen. Jetzt geh doch hin. Worauf wartest du denn? Dass der Typ da weg ist. That's the plan. Wenn die Typen nicht weg sind... Sammel die Items jetzt ein. Ja, mach ich. Soul of Ephemeral. Soul of Ephemeral. Soul of Ephemeral Rattlestone. And now you die! Das ist halt einfach Quatsch. Ich komm halt, ich steck... Siehst du, wie ich da in diesem Scheiß-Kack-Fest? Ich steck' her. Ja, Mann! Was willst du, das Pad-App war? Egal, wir haben die Items. Aber jetzt können wir sie ignorieren. Ich mach jetzt den Boss zum Abschluss. Das ist auch einfach lame von FromSoft. Da einfach vier von den Typen... Stell doch gleich 100 hin. Ja, okay. Ab einer gewissen Größe ist halt auch nicht mehr... Manageable. Manageable. Man kann die aber ganz gut eigentlich parryen. Aber macht natürlich kein normaler Mensch. Ja. Das Schwierige ist, dass du nicht genau weißt, wann du noch im Sumpf bist und wann nicht. Ich denke mal, ich bin schon draußen. Aber weil ich noch einen Tick mit der Ferse im Sumpf bin, kann ich nicht rollen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Soviel zum Shortcut. Danke, Dennis. Das ist alles. Nun, kommt man da hoch? Gar kein Problem. Was hier den Besten? Kann man da wirklich? Krass. Bin extra so gemacht. Das ist Level-Design. So sieht das dann nämlich aus. Was haben wir denn da unten eingesammelt? Viel mehr Augensteine und so... Mehr nicht? Was? Schon ein... Das kostet glaube ich das Item. Gibt's hier ein geiles Dark? Irgendwas? Dann kann man sich mal lebendig machen. Konjura. Oh, 18. Oh, 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 oh. Shamans. Shamans, Shamans, Shamans. Shamone. He, 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 he. Gut, gut, gut. Und... Oh, 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 oh. Der lässt dich nicht. So, schon. Du, 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 du. Gut, 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 gut. Gut da. Das ist ein Shaman. Shaman. Sie sollten sich was shaman. Shaman. Hast auch gar dran gedacht, ne? Ja, ich habe aber zu lange gebraucht, da einen Gag daraus zu formen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie macht man was mit shaman. Nicht zu verwechseln mit Shaham. Von Broses. Du kennst den Namen der Broses, Leute, ne? Nicht schlecht. Oh, fast, ja. Ross, Shaman, Fais, Healer, und... War es Senna? Keine Ahnung. Oder war Senna von einem anderen? Weiß ich nicht. If you feel what it feels like... So, wo ging es jetzt hoch zu deinem Schwert, oder soll ich jetzt den Bossi bossen? Mach den Boss. Schwert musst du jetzt... Ach, keine Ahnung. Ich will den, kann den Sumpa auch nicht mehr sehen. Ich finde, wir sollten... Hä? Ich dachte, der Dirty Kolossus wäre der letzte gewesen. Ach, du shit. Der ist ja genauso... Weil das genau der gleiche Scheiß ist. Du gehst nur hin und verprügelt ihn. Oh, Mann. Das war mit uns richtig im Gang. Diese Bosse. Der ist gar nicht so easy. Komm mal auf jetzt. Du bist schon halb tot. Du hast ihn halb tot. Der eine wischt mit seiner Keule da. Bud Spencer unter den Bossen ist das hier. Komm, der hat einen Kopf. An der rechten Seite ist das ja witzig. Ich habe es mir auch noch nie. Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? Was war das denn? So hat er den nicht geschlagen. Dreierkunde. Was war das denn? Junge, ey. Schön. Und noch ein Boss. Geister, siehst du es? Schatten. Nee. Der sich auflöst, naja. Mit viel Liebe. Wieso heißt das, Schuster bleibt bei deinen Leisten? Stell ein Schuster Leisten her? Ich dachte, Schuhe. Oder ist eine Leiste ein Teil eines Schuhs? Ich glaube schon. Schuhleiste. Ja? Gibt es das? Ja. Ist hier noch was? Da hinten der Keilstein. Wurde der eigentlich, äh, nach dem Jungen aus South Park benannt? Wurde der Keilstein? Wahrscheinlich. Naja, okay. So. Da kommen wir her, ne? Jetzt ist doch eh nur noch, auch noch der letzte Boss eigentlich da, oder? Das ist doch gar kein richtiges Level mehr, wenn ich mich recht habe. Oder wie war das? Doch, da kommt man durch diese... Ey, warte mal, wie war das denn? Das hatten wir auch schon. Rotting Haven? Ist das früher so? Rotting Haven. Wahrscheinlich erinnert man sich nicht dran, weil es wirklich Pille Palle war. Dieser Typ. Und die Frau. Ich meine, da ist kein richtiges Level mehr. Glaube ich auch nicht. Das letzte Level ist ja immer... Nur noch. Okay. Ja, da geht's wahrscheinlich schon runter zu Garl und seiner Tante. Ich gebe ihn. Double Boss. Garl Vindlet, save me. I'm sitting in the shit. Das sieht krass aus. Er muss schon wieder einen killen, der gekommen ist. Er hat so eine Maske wie die von Das schwarze Loch von Disney. Weißt du, diese Druidenarmee? Geh weiter, Galvin. Du kannst nicht verhörter sein. Keine Ahnung, ob mir wieder geht. Der kann nix. So, wie ging das alles hier nochmal, Dennis? Ja, du lädst links runter. Aber hier gab's ja auch Items und so ein Kram. Ja, aber die kannst du auch da nachholen. Du musst jetzt erstmal den Boss betteln. Ah, wobei, Liz? Sweet, sweet. Sweet Lizzie Stones. Fängst du schon. Typen kannst du, glaube ich, eigentlich. Kann man die ignorieren? Ja, wie du willst, kann man die ignorieren. Ja, das ist geil, genau. Der hängt dann, der hat früher schon mal festgehangen. Jetzt schießen wir den, oder was? Nee, du... Glaube ich, rennst dem gegenüber und du kannst relativ easy wegrollen, wenn er schlägt und danach aussehen. Standard. Der hat auch so eine blöde Reichweite. Wenn er zu weit weg ist... Kann die Alte nicht einfach mit dem Bogen abknallen? Sieht, dass ich wieder... Und dann ist das Thema... Ja, da brauchst du aber Pfeile für, ne? Ich weiß nicht, ob drei reichen. Ich hab ja 20. Oh. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Hab ich noch nie so gut gemacht, glaub ich. Tiefer. Ja? Das ist mein rechter Daumen. Ja, ja, kein Ding. Lass die alle in der Welt. Aber lass mich trotzdem lachen. Oh. Ja, macht voll wenig Damage nur. Wir haben ja natürlich auch nur einen Billow-Bogen. Aber es würde gehen. Frage ist, was ist denn mit ihm? Muss man ihn denn am Ende trotzdem noch verprügeln? Ich glaub nicht, dass er sich dann einfach so auflöst. Oder doch. Who knows? Aber es ist lame. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man nicht mit dem Cat-Ring hier einfach runterjumpen kann, hinrennen kann und die dotzen kann. Weißt du? Ja, du kannst ja probieren. Ja, aber dann geht's noch ein Level runter. Ich muss nicht glauben, was ist mit dem hier? Das sind die ekligen Babys. Die Brut-Babys. Oh. Headshot. Okay, also. Komm, wir machen's. Wir machen's. Cool. Also hier kannst du auf jeden Fall runterdroppen. Ja, aber dann bist du unten im Schmodder. Du willst hier links lang, genau. Ich weiß nur, du kommst da nämlich so ein Ding runter und dann kannst du nicht mehr zurück. So war das. Da kommt er nämlich auch nicht hoch. Hier. Und dann haut er dich nämlich. Du kannst nicht mehr zurück. Hier. Irgendwo war das. Nee, eigentlich ist das hier rampy ramp. Ja? Verwechs ist das, glaub ich. Ja, aber hier an der Stelle, kann du Kai das ja so gerne. Kannst du nach was vorzureißen, Alter. Nicht zu weit in den Shit rein. Na gut. Zeig dein Style. Okay, warte. Das ist kurz. Nein. Wirst du das Schwert nehmen an dieser engen Passage? Ich würde dir das Speer empfehlen. Ich würde dir das so gerne an dieser engen Passage machen. Wir haben echt nur lame Ringe, ey. Also da unten ist Plague. Du meinst Speer. Ich würde ihn mit Speer vorsichtig immer pieksen, hier an dieser Stelle, wo du jetzt stehst. Ich weiß nicht, ob man sich da unten bewegen kann. Zudem macht er hier so krasse Magic. Und da dreht er den nämlich auch immer wieder um, da bist du mehr oder weniger safe. Hulk, zurück. Hulk. Ja. Das macht keinen Bock so. Ich muss das anders machen. Okay. Okay. Wer ist so schnell? Oh, ich kann ihm nicht folgen. Oh, ich muss das machen. Oh, ich kann ihm nicht folgen. Oh, ich kann ihm ein bisschenhversenken. Oh, ich muss das jetzt hören. Oh, ich kann ihm kein Problem. Oh, meinst du, ich kann ihm nichtAND. Ich fasse es nicht! Wieso hat der denn noch, als er vom Boden aufgestanden ist, einen Stagger hinterhergehabt? Was ist denn das hier nach dem Aufstehen? Du wolltest rollen nach dem Aufstehen, du bist in der Sumpf gewesen da unten. Ja, aber ist ja alles gut. Der war doch schon tot! Der war fast tot, ja, der war fast tot. Ein Gras haben wir noch? Ein Gras. Ich würde gerne reinwerfen da jetzt. Ah, okay. Ähm, das war's für heute, das war Garl Vinland. Der hat mich ja zurückgeworfen, und dann aufstehen, und dann hat er noch den hier gemacht. Ja, weil du nach dem Aufstehen rollen wolltest, glaub ich. Nee, ich wollte trinken. Treten? Trinken. Trinken. Also essen. Gas. You know? Ach. Ja, okay. Keine Ahnung. Gut. Tschüss. Das würde ich auch sagen. Bis zum nächsten, nee, wann? Mittwoch? Ich hab keine Ahnung wann. Ich glaub übermorgen oder so sind wir wieder am Start, Leute. Es tut mir leid, da liegen 40.000 Seelen übrigens, ne? Ja, das, äh, das sind vier ... Weil wir nach dem Boss vom letzten Mann ... Vier Gräser. Weil wir in den Nexus nicht gegangen sind nach dem letzten Boss. Shit. Leute, wir sind raus, das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns diese Woche auf jeden Fall nochmal wieder mit Demon's Souls. Edmund Denzel! Tschüss. Tschüss.